Haben deine Eltern dir dann eine Vorgabe gegeben? Also was immer ich machen möchte, würden sie, glaube ich, unterstützen und würden mir helfen, irgendwie das zu erreichen und würden so als beratende Funktion dastehen, aber würden jetzt niemals sagen so, nee, das darfst du nicht. Also ich glaube, sie würden was sagen, wenn ich jetzt sage, ah, hier, Harzen und sowas. Ich glaube, das hätten die nicht so cool. Ja, so ist es ja bei meinen gerade, dass sie so sagen, okay, du warst jetzt ein Jahr weg, jetzt mach was, mach einen Plan. Es wird alles schneller, alles jünger, wir müssen uns schneller entscheiden, was wir machen wollen und wo wir jetzt in zehn Jahren schon sein wollen. Ich finde das auch so krass, die kommen schon in der achten Klasse irgendwie dann immer zur Schule rein und meinen so, ja, wir machen jetzt Berufsberatung, wo ich immer so denke, seid ihr dumm, das dauert noch voll lange. Ja, man, vor allem, vielleicht hat man dann schon eine Idee, aber man kennt ja noch gar nicht alle Möglichkeiten. Ich meine, ich finde, man kriegt das einfach auch so häufig gesagt, von wegen so, okay, mach jetzt schon in deinen Ferienpraktika oder geh arbeiten, damit du deinen Lebenslauf aufbessern kannst, damit du attraktiver auch wirst. Und das ist halt irgendwie, das startet so früh einfach schon. Aber jetzt war es noch nicht so early, wenn man so früher immer schaut, ich bin mal aufbessern können. Und wenn ich dann noch ganz aufbessern kann, hier hinten in einen Hafen,